In unserer Filmtipp-Reihe zum Advent fehlt kurz vor Weihnachten eigentlich nur noch eins. Der Weihnachtsmann selbst. Und so gibt es hier dann nochmal eine ganze Rentierladung an Geschenken, Musik, Kobolden und Schnee. Viel Spaß mit Santa Claus. Alle, die fähig sind, meine Stimme zu hören, sollen nun wissen, dass man dich künftig Santa Claus nennt. Das Weihnachtsgeschäft ist verdammt hart. Und das weiß niemand besser als der Weihnachtsmann. Zur Erleichterung führt sein erfindungsreicher Helfer und Kobold Patch in der Geschenkfabrik das Fließband ein. Zwar läuft die Produktion schneller, doch die Qualität leidet. Patch wird verbannt und gerät unter die Fittiche des skrupellosen BZ. Der möchte dem Weihnachtsmann in der Spielzeugproduktion Konkurrenz machen und die Welt mithilfe des naiven Patch mit billigem und gefährlichem Spielzeug überschwemmen. Patch, du bist ein fantastischer Kobold. Das nennen wir dann Heiligabend 2. Mehr Weihnachtsstimmung geht nicht. Santa Claus führt uns hinter die Kulissen des wohl härtesten Jobs der Welt und beantwortet ganz nebenbei die Frage, worauf es an Weihnachten wirklich ankommt. Ein zeitloser Klassiker für die ganze Familie. Und nun wünsche ich allen frohe Weihnachten. Ruhe Weihnachten!